Pinguine sind ausgezeichnete Schwimmer und können Geschwindigkeiten von bis zu 35 kmh erreichen. Sie nutzen ihre Flügel als Paddel und ihre Füße als Ruder, um durch das Wasser zu gleiten. Pinguine haben keine natürlichen Feinde auf dem Festland, jedoch sind sie anfällig für Raubtiere wie Haie, Orcas und Seelöwen, wenn sie sich im Wasser aufhalten. Sie leben ausschließlich auf der südlichen Hemisphäre und sind von der Anarktis bis zu den Tropen zu finden. Der Kaiser Pinguin ist der größte ihrer Art und kann bis zu 1,20 Meter groß werden. Pinguine haben spezielle Drüsen über ihren Augen, die ein öliges Sekret produzieren. Dieses Sekret hilft ihnen dabei, ihre Federn wasserdicht zu machen und ihre Körpertemperatur zu regulieren. Wenn Pinguine ihren Partner gewählt haben, bleiben sie mit diesem üblicherweise bis an ihr Lebensende zusammen. Sie teilen auch die Aufgaben bei der Aufzucht ihrer Jungen, indem sie sich beim Brüten und Füttern abwechseln. Das war's mit den heutigen Fakten. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch gerne unseren Kanal. Wusstest du's?